Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, wenn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Haterschaft, schön, dass ihr wieder da seid. Wir widmen uns heute einem Kommentar-Kommentier-Video von Rainer, und zwar zum Vlog 100. Wir werden darauf achten, ob es mal wieder Hater-Kommentare sind, und wir werden mal genau drauf hören, wie Rainer auf diese Kommentare überhaupt eingeht. Dann machen wir uns auch direkt ran, wir schauen mal wieder bei Winklers Liste, das heißt, wir haben einen schönen Zusammenschnitt, wieder wenig Leerlauf, es wird wenig Lebenszeit verschwendet, obwohl das natürlich auch schwierig ist bei Rainer-Videos, aber wir gehen rein. Wir machen heute Kommentare zum Vlog 100, er geht einfach jedes Mal raus. Hä? Das stimmt überhaupt nicht. Also die Aussage, er geht immer raus, ist völliger Bullshit. Äh, was gibt's... Was? Moment. Nee, doch, wann gibt es Content? Reichen die drei Videos am Tag nicht? Alter, ohne Scheiß. Dazu kommt dann noch ein Livestream. Äh... Rainer, das Wort Content bedeutet auf Deutsch Inhalt. Das heißt nicht, dass du quantitativ möglichst viele Videos am Tag rausballern sollst, sondern dass die auch mit irgendwas gefüllt werden sollen. Du hast bestimmte Themen, wie zum Beispiel Gameplay, die Haters, ähm, ich weiß nicht, deine komischen Meinungsvideos, aber da ist halt nichts drin, keine Substanz. Ähm, es gibt halt YouTuber, wenn du dir mal deine Vorbilder anguckst, ein Unge, ein Gronk oder ähnliche, ähm, YouTuber, die wissen, was, äh, sie für ihre, ähm, Kundschaft machen, für ihre Follower. Da gibt es Substanz hinter und das ist bei dir halt nicht der Fall. Ähm, nächste Aussage. Bald gehst du in den Knast. Äh, dann... Raini, das ist keine Frage. Das war eine Hoffnung. Dann ist es endlich soweit und du verlierst deine Unschuld. Gut, also fangen wir mal damit an, dass ich nicht in den Knast gehe. Aber selbst wenn es so wäre, meine Unschuld habe ich schon vor langer Zeit verloren. Alle... Ja, das wissen wir leider auch, ähm, A, er geht nicht in den Knast, B, ähm, er hat seine Unschuld an den Luan verloren im Badezimmer. Ein sehr grausiges Video, ähm, kann ich nicht empfehlen, natürlich, äh, aber, ne, von Unschuld kann man bei dir nicht mehr reden. Du bist nicht die Unschuld vom Lande, Raini, in keiner Form. Anderen Arten von Unschuld habe ich durch die Hater verloren. Also, äh, geil, äh, der Voll... Was? Geil, der Vollzeitversager macht endlich ein eigenes Video über die Hater. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur Hater andere Leute haten und dann selber meistens die Leute sind, die um 5 Uhr morgens am Bahnhof sind, Rezept soffen, mit der Bierflasche in der Hand und mit dem Joint in der anderen Hand. So, der nächste Kommentar. Raini, du kommst gar nicht aus deiner Hütte raus. Wie hättest du denn merken sollen, wer irgendwo am Bahnhof steht und wer nicht? Natürlich spinnst du dir wieder irgendwas in deinem Kopf zusammen. Die Hater sind natürlich in deiner Welt die Bösen, die alle auf ihr Leben nicht klarkommen. Aber ich glaube, da spiegelst du mal wieder ganz deutlich. Du bist derjenige, der arbeitslos zu Hause rumluggert, der gerne mal South-Streams gemacht hat, später auch gerne mal, äh, Bubats konsumiert hat. Davon gibt es ja auch Fotos und Videos. Ich glaube nicht, dass du über das Leben anderer Leute urteilen solltest. Nicht aus deiner Position heraus. Also löschen? Nö, sehe ich nicht ein. Ähm, wie viel der damals noch... Nee, was ist das denn? Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel... Ist Rainer einfach nur überfordert? Merkt er nicht, dass das irgendwie ein Stilmittel in der Frage sein sollte? Äh, naja. Rainer kommt halt nicht drauf klar auslesen. Wie viel, wie, wie... Angebunden. Was ist das jetzt sagen? Äh, Umzielort. Ja, ist aber schön, dass er das alles vorliest. Und wie der Hater provoziert, noch mehr Quatsch zu machen. Typisch Rainer halt. Fort, freu mich auf die neue Staffel mit neuen Drehort. Freu ich mich auch. Aber es wär schön, wenn du mich nicht Umzuglord nennen würdest. Im Knast gibt... Genau, es gibt so viele andere Beschreibungen für ihn. Lügenlord oder ähnliches. Finde ich auch viel besser. Und die neue Staffel, danach hat mir auch sehr gut gefallen. Die, äh, Forge-Staffel. Wo er mit seiner babyblauen Knutschkugel mit seinem Pritschenwagen durch die Gegend gefahren ist. die Hater provoziert hat. Sucht mich doch meine kleinen Haterchen. Und sie haben ihn gesucht. Und sie haben ihn gefunden. Und Rainer war quasi immer auf der Flucht. Er wurde immer noch paranoider. Und es war nur einer schuld dran. Derjenige, der provoziert hat. Und das warst du, Rainer. Du bist bestimmt aufs Maul. Na klar. Jeder, der mich anfasst, ist aufs Maul. Ähm. Außer den Kops. Weil den darf ich nicht aufs Maul hauen, sonst lande ich noch länger im Knast. So, aber dann... Ach, Raini. Du darfst auch keinen anderen aufs Maul hauen. Nur weil du meinst, dass du das darfst. Du darfst dich halt verteidigen. Aber das hast du ja meistens nicht gemacht. Du hast meistens angegriffen. Meinen Bruder, den werde ich auf jeden Fall auf die Ome hauen. Der wird die größte Schnitzeljagd Deutschlands sein. Ihn zu finden. Wer sagt, dass die Schnitzeljagd nur innerhalb von Deutschland laufen wird. Was ihr mal alles annehmt. Du hast noch keine aufs Maul gehauen. Du hast noch keinen aufs Maul gehauen. Es gibt Videos auf YouTube. Da sieht man das Gegenteil. Ja gut, Raini hat mal versucht mit seinen Puddingärmchen zuzuschlagen. Das sieht halt aus wie eine Kappelei auf dem Schulhof. Wenn irgendwelche 16-Jährigen und Raini sich prügeln. Und das einzige Mal, wo es ja wirklich einen Schaden gab, war, als er den Stock in der Hand hatte und sich den selber ins Gesicht gemettelt hat. Das war eine leicht blutige Angelegenheit und er hat dabei auch seinen Zahn verloren. Selber schuld. Auch wenn ihr was anderes davon behauptet. Wie er, nee. Wie war es nochmal, Etzeler mit dem unbesiegt. Typen wie du, die schon von dem Wort Etzeler in der fränkischen Wortgebrauchssprache besiegt werden, sind das Gegenteil von unbesiegt. Weil, wer... Raini, ich kenne keinen Menschen, der besiegter ist als du. Ich weiß nicht, wie weit du noch runterkommen willst in deinem Leben. Du bist hochverschuldet, du hattest ein Haus, hast das verloren, hast keine Familie, keine Freunde mehr. Und das liegt nur an dir, an deinen Entscheidungen, an deinem Lebensstil. Du hast alle verjagt um dich herum. Und jetzt bist du komplett unten angekommen. Wenn Leute sagen, dass du auf dem absteigenden Ast bist, ich wüsste nicht, was noch schlimmer sein sollte. Also, klar, dir können noch die Beine abgenommen werden, dass du noch bettlägerig bist. Aber da arbeitest du ja auch verstärkt dran, wie man sieht. Du hast so wenig Bewegung, du ernährst dich falsch. Wenn du krank bist, deine Beine entzündet sind, gehst du nicht zum Arzt wie ein normaler Mensch. Liegt wahrscheinlich auch A an deiner Faulalt, B an deiner Krankenversicherung. Ja, du bist meiner Meinung nach ganz unten. Wenn man nicht einmal ein Wort in der fränkischen Sprache richtig in Grammatik und Dialekt raushauen kann, dann ist man schon besiegt. Denk mal drüber nach, bei den zwei grauen Zellen, die du hast. Das ist auch immer schön. Wenn Reini sagt, denk mal drüber nach, dann hat er gerade irgendeinen Quatsch formuliert. Ihm ist das selber aufgefallen, dass es überhaupt keinen Inhalt hat, dass es überhaupt keine Substanz hat. Und damit versucht er das irgendwie am Ende wieder gerade zu ziehen. Es ist natürlich jedes Mal totaler Quatsch. Wie mit dem unterirdischen Feldweg, den es nicht gibt. Denk mal drüber nach. Ähm, er zieht um und wohnt neben ein Hater. Mann, ihr werdet euch so wundern. Äh, gehen nach 2,5 Stunden, nachdem er aufgestanden ist. Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Vorm Rumsitzen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ganz toll. Super. Das ist wieder Qualität, der gähnende Winkler. Ähm, das Thema Gesundheit hatten wir ja gerade schon. Und deine Müdigkeit, gut, einerseits kommt es daher, dass du nachts zockst, bis in die frühen Morgenstunden und viel zu wenig schläfst. Andererseits könnte das natürlich auch ein Symptom von Diabetes sein. Und da du dich ja auch nicht untersuchen lässt, weißt du nicht, ob du wirklich Diabetes hast. Wenn du es hast, wird dir das immer weiter schaden. Wird dein Organ schaden. Wird irgendwann der Durchblutung deiner Gliedmaßen schaden. Und die Konsequenzen dafür musst du ganz alleine tragen. Wie lange bin ich jetzt wach? Und ich habe trotzdem gekänt. Der Grund, warum ich so gerne ist, weil eure Witze so langsam sind und langweilig. Ähm, äh, es ist so Banane manchmal. Ja, Rani, du bist ziemlich am Ende. Und deine Vorstellung von Humor ist wirklich auch nicht gerade hochentwickelt. Äh, Umzug, Lord. Und, äh, ich bin nicht so ein Drachen. Ich bin nicht so ein Drachengame. Aber, äh, als ich gerade gehört habe, dass du bald ausziehst, habe ich Lust auf meinen ersten Besuch bekommen. Mhm. Es ist echt schön, dass du, äh, all deine Bedenken über den Haufen wirfst. Und eine Bevölkerung eines Dorfes, inklusive der Polizei und vielen hundert anderen Menschen, auf den Zeiger gehen willst. Nur weil ich umziehe. Das ist, das war die Genius-Aussage des Tages. Ganz ehrlich. Glaubst du? Ey, Rani, das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Er will dir auf den Keks gehen. Nur dir. Und er will den Tanzbären sehen. Und wahrscheinlich hat er den auch gesehen. Du kannst dich halt nicht benehmen. Und es gibt nur eine Person, die der gesamten Nachbarschaft durch ihr Gebrülle, durch ihre Alarmanlage auf den Keks geht. Und das ist derjenige, den wir gerade im Video sehen. Glaubst du, äh, nee. Glaubst du doch selbst nicht? Ich hatte gerade die Idee, vielleicht das nächste Mal die Aufnahmen für die Kommentare, mache ich vielleicht für die nächste Folge, äh, einfach mit dem OBS aufzunehmen. Dann könnte ich einfach auf meinen Button drücken und hätte meine, äh, Einspielungen gleich in der Aufnahme. Dann bräuchte ich mir keinen Kopf drüber machen. Super, wie du dir während des Videos Gedanken darüber machst, was du besser machen könntest. Ähm, es ist natürlich qualitativ das absolut Niedrigste, wenn man dir zuguckt, wie du versuchst zu lesen. Statt dich vorzubereiten, die Fragen Stück für Stück durchzugehen, das Ganze dann wirklich als Video zu machen, wo du dann auch die, äh, Lesesversuche, die dir völlig misslungen sind, rausschneidest, dann hätte das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Substanz, ne? Gut, es ist natürlich trotzdem völlig alberes, albernes Format, wo du versuchst, die Hater irgendwie lächerlich zu machen und dich eigentlich nur selber lächerlich machst. Der Kommentar ist mir zu lang. Ja, das ist nämlich auch schön. Der Kommentar ist dir zu lang. Leselort halt. Wieder viel zu überfordert mit dem Lesen und zusätzlich natürlich zu faul. Brennt mein Hirn durch, wenn ich so lange Kommentare lese, als ob du umziehst, lachende Smiley mit einem, Tropfen in der Fresse, äh, im Leben nicht. Nochmal lachende Smiley mit dem Tropfen in der Fresse. Er wird im Keller 2,2 bis 3 andere Möbelstücke, die wir noch nie gesehen haben, eins, was, hinstellen und von dort aus gegen Mobbing schneiden, rendern und hochladen. Der ist schon klar, dass es beim dunklen Parabelritter damals ein Roomtour-Video gegeben hat, auch der Keller, und dass ich blank gezogen habe und alles gezeigt habe. Folgendlich wird es damit. Ja gut, das wissen wir auch. Reini hat mal blank gezogen, das auch mal auf der Straße, um einem Hater zu beweisen, dass er doch Eier hat. Ein Kind saß ja anscheinend in einem anderen Auto, hat das dann auch sehen müssen. Die Aussage ist also mal wahr von Reiner, er hat komplett blank gezogen. Es hat nur nichts wirklich mit einer Roomtour zu tun. Und der Hater hat ja in Teilen auch recht, mit dem Keller. Es war nur nicht der Keller vom Altschauerberg 8, sondern der von Mayon, wo sich Reini quasi verschanzt hat. Es wird kaum irgendwas an Müllestücken geben, die ihr nicht kennt. Ach ja. Reini, es ist auch nicht unmöglich, dass du dir neuen Sperrmüll suchst. Also, es ist ja nicht die einzige Zarencouch auf der Welt. Es gibt ja noch andere ranzige Sachen. Ach, die Jugend von heute. Es ist halt schwer. Das ist richtig. Ungefähr 185 Kilo. Wie er... Pro Arschbacke. Richtig. ...drei Mal am Tag Müll auf YouTube schmeißt und es Video nennt. Und wie ich mit der Aktion plus meine Livestreams fast 6000 mache. Respekt, oder? Du hast in einem der letzten Videos angesprochen, warum Leute dich kritisieren, wenn du über Geld sprichst. Meistens, weil du die Unwahrheit sagst und zweitens, weil du nur damit fleckst, wie viel du verdienst. Ja, das ist ziemlich unangenehm und du könntest auch 60.000 verdienen im Monat und du könntest trotzdem nicht mit Geld umgehen und wärst am Ende wieder verschuldet, weil du alles für irgendeinen Schwachsinn rausballerst. Zwangsein... Was? Zwangseingewiesene werde ich nicht umziehen. Ich glaube nicht, dass man, wenn man zwangseingewiesen wird, direkt weg wäre. Noch da wäre. Außerdem, um zwangseingewiesen werden zu müssen, müsste ich erst mal irgendwas getan haben, was eine Zwangseinweisung überhaupt in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Schmeiß. Also mir fallen da ein paar Sachen ein. Dein genereller Geisteszustand, deine Straftaten, die du begangen hast, wie zum Beispiel gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung, dann deine sexuellen Geschichten, deine sehr, sehr skurrilen Vorlieben, dein Umgang mit anderen Menschen, diese Belästigung gegenüber Mullen auf deinem Discord. Du bräuchtest wirklich mal eine Therapie. Wirklich mal zwei Jahre unter kontrollierten Bedingungen leben, fernab vom Internet. Vielleicht würde dann ein halbwegs normaler Mensch aus dir werden. Das wäre vielleicht der letzte Weg, um dir zu helfen. Aber leider ist das Gericht ja der Meinung, Rainer Winkler, positive Sozialprognose, der macht das schon, der kriegt das hin. Wie man sieht, leider, nein, leider gar nicht. Scheiß doch, was? Scheiß doch drauf. Ein Mann ohne Knast ist wie ein Baum am Ast. Ohne Ast. Mach einfach so weiter. An den Knast gewöhnt man sich schnell. Das glaube ich. Soll ich wirklich im Knast landen, dann setze ich meine Zeit ab. Aber wenn ich im Knast lande, muss man auch dazu sagen, dass unser Rechtssystem definitiv irgendwas falsch macht. Weil ich habe mich immer nur verteidigt. Egal, wie ich mich verteidigt habe, ich habe mich verteidigt. Wie er sich das immer zurecht lügt. Unfassbar. Er hat sich hinter Büschen versteckt, Sachen auf Autos geschmissen, mit Stangen nach Autos geschlagen, die einfach vorbeigefahren sind, in seiner unkontrollierten Wut. Er hat immer Leute angegangen, die kleiner aussahen und schmächtiger und weniger kräftig als er selber, wo er gedacht hat, er hat eine Chance. Er ist nicht der, der sich verteidigt hat. Und das hat das Gericht ja auch so gesehen. Es ist immer nur passiert, um mich selbst, mein Leben und meinen Verstand zu schützen. Ja, daran merkt man ja schon, dass das nicht wahr sein kann. Es ist einfach nur lü, lü, lü. Ein bisschen was davon übrig ist. Die Leute, die bei mir herkommen und mir auf den Sack gehen oder mir sogar aufs Maul hauen, das sind die Leute, die durch die Weltgeschichte rennen und anderen Leuten auf die Fresse hauen. Äh, äh, warum glaube ich... Wie kommt er da drauf? Leute, die durch die Weltgeschichte rennen und anderen auf die Fresse hauen. Er merkt doch selber, dass das nicht der Fall ist. Die Leute stellen sich vor seine Tür, äh, nicht vor seine Tür, vor sein Tor, vor sein Grundstück. Wenn er rauskommt, gehen die Leute teilweise zurück, aus dem einfachen Grund, weil sie sich gerade nicht mit ihm prügeln wollen. Und dann pöbelt er rum, wie feige seid ihr denn? Nein, die Leute wollen ihn natürlich einfach nur triggern. Mehr nicht. Die sind nicht da, um sich irgendwo zu schlagen und sich strafbar zu machen. Aber das geht natürlich nicht in seine Birne rein. Ich immer das mit dem Umzug nicht. Weil die Planung schon zweimal schief gegangen ist, nur dass das Haus inzwischen verkauft ist. So, wie er immer denkt, äh, er wäre eine Maschine, äh, der hat nur Kraft, weil er fett ist und nicht, weil er Muskeln hat. Pass mal auf, Kleiner. Wenn du jemand bist, der stark ist, der Power hat, der trainiert hat und dann jemand bist, der viel frisst und dann anfängt, mit viel Gewicht rumzulaufen. Glaubst du wirklich, so jemand hat dann einen Muskel-Zurückgang? Klar hat man bis zu einem gewissen Punkt einen Rückgang von Muskeln. Aber meine Beine zum Beispiel sind so kräftig wie nie zuvor. Einfach deswegen. Ich muss sagen, das glaube ich auch. Rainer hat eine starke Muskulatur aufgrund seines Übergewichts. Es ist natürlich ein wahnsinniges Training, immer mit über 200 Kilo durch die Gegend zu laufen. Ich habe beim Thai-Box-Training auch öfters eine Übung gemacht. Da nimmt man halt einen Kollegen, der ungefähr gleich schwer ist, auf die Schultern. Bei mir sind das dann ungefähr 190 Kilo. Und damit läuft man rum, macht Frontkicks, macht Kniebeugen. Und das ist eine wahnsinnige Koordinations- und Kräftigungsübung. Dabei, klar, der Schwerpunkt ist höher als bei einer übergewichtigen Person. Aber man merkt einfach mal, wie anstrengend das ist. Und dann weiß man auch, warum Rainer in seinem Leben nicht schnell laufen wird mit dem Gewicht. Und was das immer für ein Kampf ist, überhaupt aufzustehen und ähnliches. Und dass er sich dabei auch mit den Händen abstützen muss. Mit dem Gewicht macht man keine schnellen Bewegungen. Man macht alles vorsichtig. Denn in dem Moment, wenn man ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät, sieht das halt so aus, ja, wie bei der Rollerfahrt. Das fängt man mal nicht so ab. Dann legt man sich halt komplett aufs Maul. Und das ist klar. Er hat Kraft, definitiv. Aber er kann sie ja nicht nutzen. Er braucht diese Kraft alleine schon, diese Muskulatur, um sich halbwegs normal bewegen zu können. Und nach wenigen Schritten ist er natürlich dann auch komplett aus der Puste. Weil Ausdauer hat er nicht. Ja. Und warum sollte irgendjemand vor dir Angst haben? Die Kraft brauchst du, um deine Grundbewegung zu machen. Und wir haben ja alle gesehen, wie das aussieht, wenn du versuchst zu schlagen, bis die Masse mal irgendwie in Bewegung kommt. Also, dann ist jeder schon drei Schritte zurückgesprungen. Wegen, weil sie das ganze Gewicht meines Körpers tragen. Und das Gleiche gilt für meine Arme und für meine Beine. Für mich ist jede Aktion eine Kraftanstrengung. Und deswegen muss ich auch Kraft haben. Ja. Und auch, wenn ich mich in einen Schlag reinlege, dann hängt auch natürlich letzten Endes das ganze Gewicht in dem Schlag. Oder nur ein Teil vom Gewicht. Und dadurch ist natürlich der Schlag nochmal wummsicher. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich, nur weil ich fett bin, auch schwach bin. Es kommt halt nichts davon an, von der Kraft, die du hast. Wenn du Normalgewicht hättest und du hättest die Muskulatur, die du jetzt hast, dann könntest du die auch nutzen. Aber du brauchst das alles nur, um deinen Fodenkörper irgendwie in normale Bewegungen zu versetzen. Und wie du zuschlägst, davor hätte ich sowas von keine Angst. Bullshit. Außerdem war ich mein ganzes Leben lang stark, unabhängig von meinem Gewicht. Ich will ihn sehen. Lol, ja. Richtig, richtig stark bist du. Bist halt ein ganz, ganz besonderer Mensch. Wie er sich allein im Umzugskisten, nee, allein mit Umzugskisten abmüht. Äh, der, nee, das wird ein Spaß. Das wird der, das erste Mal, das wird das erste Mal haben. Oh, und die Haterfliege ist wieder da. Hervorragend. Haterfliege Klaus ist am Start und ärgert Reini wieder. Ja, man hat ja gemerkt, wie es war, als er seine Umzugskisten gepackt hat. Es war nicht sonderlich viel, was er mitgenommen hat. Und man hat es im Stream gesehen, er war komplett fertig von ein bisschen Arbeit. Ein paar Sachen zusammenpacken, in den Ranger laden, das Ganze wegfahren, im Lager wieder ausladen. Und jemand, der halt null körperliche Arbeit gewohnt ist, für den es wahrscheinlich anstrengend ist, der schwitzt, wenn er abspült oder, ja, zur Dusche geht, um da bestimmte Sachen zu machen, klar ist das schon eine Herausforderung. Das zum Thema übrigens sehr kräftiger Mensch. Nee, du bist schon mit den einfachsten Sachen, die für normale Menschen Alltag sind, komplett überfordert. ...arbeit für ihn. Du weißt schon, dass ich im Stahlwerk gearbeitet habe. In einer... Ja, in den ganzen Stahlwerken, in deiner Umgebung. Was du dir für Lügengeschichten da zusammenbastest. Du hast irgendwie bei Plaste Jakob gearbeitet. Und bei anderen Unternehmen, wo du irgendwie im Lager, in der Logistik irgendwas gemacht hast. Wahrscheinlich aber nichts großartig geordnet, weil du damit eh überfordert gewesen wärst, sondern du hast irgendwie den Flur gefegt. Und als die gemerkt haben, dass du irgendwo nur im Pausenraum sitzt und da rumquarzt, haben sie dich auch schnellstmöglich wieder nach Hause geschickt. Schreinerei in einer Holz... in einer Holz... ähm... nicht Schmiede, wie heißt's? Doch, in der Holzschmiede, genau. Rainer arbeitet in der Holzschmiede. Schmiede habe ich auch schon mal gearbeitet. Ich habe auch schon in einer Holz... ähm... in einem Sägewerk habe ich schon gearbeitet. Äh... von den ganzen Jahren auf dem Bau will ich gar nicht reden. Also, Junge, ich habe wahrscheinlich schon... Das sind wieder Storys, die er erzählt. Seine große Lebenserfahrung und... was... was er sich da einbildet. Als ob er da im Stahlwerk am Hochofen irgendwo gestanden hat und dann die Proben entnommen hat oder gleich alles da reingeworfen hat. So ein Quatsch. Mehr Sachen in meinem Leben schwer gehoben, als du guckst und kennst. Nur weil ich seit ein paar Jahren nur noch YouTube mache. Heißt das doch nicht... Ja, das Einzige, was du schwer hebst, ist dein eigener Körper und das halt beim Aufstehen auf dem Weg zu deinem komischen Sessel, der kurz vorm Zusammenbrechen ist. Wer soll dir das denn abkaufen? Wir sehen dich seit Jahren und wir wissen halt, wie schwer du dich bei einfachen Bewegungen tust. Allein schon, wie du läufst. Du kannst ja nicht mal mehr deine Knie durchdrücken und du erzählst uns jetzt, was du für ein hart arbeitender Mensch warst. Leider, wir kennen deine Vita. Du hast uns das mal alles erzählt. Dass ich in meinem Leben noch nichts hattest gearbeitet habe. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, Alter. Ich habe schon als kleines Kind mit, keine Ahnung, zehn, acht, zehn, habe ich schon die 20 Kilo Säcke rumgeschlaft von Beton und Zement und was weiß ich alles. Also, Junge, ganz ehrlich. Wir stellen uns jetzt mal den zehnjährigen Rainer Winkler vor, wie er 20 Kilo Zementsäcke durch die Gegend schleppt. Ich weiß auch nicht, warum das einen Zusammenhang haben soll mit Ich lebe auf einem Bauernhof. Da meint er immer, das wäre ja auch ganz, ganz tolle Arbeit, was da gemacht werden muss, aber das kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr war, seitdem er da lebt. Das blendet er dann natürlich immer gerne aus. Lächerlich machen kannst du dich bei jemand anderem. Freiheit für Ranger, Spiegellord und den vergangenen Jahr Metzger. Es gibt keine Freiheit für Leute, die Straftaten begehen. Ach, Reini erzählt jetzt wieder wirre Sachen. Ich weiß nicht, warum einer dieser Person, dieser Kanalbetreiber, jemals Straftaten begangen haben soll. Denen geht's allen gut wahrscheinlich. Die haben sich nur teilweise aus dem Game zurückgezogen. Völlig normal. Hater kommen, Hater gehen. Den Jahr Metzger fand ich auch immer super. Hat mir sehr gut gefallen. Die ganzen Re-Upper. Es ist auch wahnsinnig wertvoll, was die für eine Arbeit im Game geleistet haben. Also da hab ich Respekt vor, Rainer. Aber Respekt kennst du ja nicht. Respekt vor anderen Menschen. Da müsste man ja zeigen, dass man andere respektiert und vielleicht sogar auf seine Stufe erhebt. Und als Narzisst kannst du das natürlich nicht zulassen. Abgesehen davon hat sich der Jahr Metzger selber gelöscht, weil er plötzlich Schiss bekommen hat. Und sowohl Ranger als auch Spiegellord und noch viele andere werden nach und nach immer mehr verschwinden. Weil ich wieder ein bisschen mehr Augenmerk darauf legen werde. Der einzige Grund, weil Rainer mehr Augenmerk darauf legt. Die haben sich nicht wegen dir zurückgezogen. Die haben vielleicht noch ein Privatleben. Die haben andere Sachen. Vielleicht haben die irgendwann Nachwuchs bekommen. Haben familiäre Verpflichtungen. Und dann zieht man sich halt zurück und macht solche aufwendigen Sachen nicht mehr. Das kann jedem passieren. Das ist doch völlig normal, dass man eine andere Lebenssituation hat und dann das anpasst. Diese YouTube-Kasperei mit dir, das ist reine Freizeit. Keiner macht das beruflich oder zumindest hauptberuflich. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist nur deine Illusion. Warum diese Typen überhaupt die Möglichkeit hatten, so lange mir auf den Zeiger zu gehen, ist, weil ich sie gewähren habe lassen. Aber... Mein Gott, er hält sich wieder für den großen König von YouTube, der darüber bestimmen kann, wer Videos machen darf und wer nicht. Mein Gott, bist du ein kleines Licht, Rainer. Du bist so unbedeutend. Das begreifst du überhaupt nicht. Wenn ich sie nicht gewähren lasse, haben sie keine Gelegenheit dazu. Weil letzten Endes so viel Content, wie sie hochladen, mit meinem Zeug da... Wenn sie sich hinsetzen würden und einfach darüber labern würden, wie scheiße ich bin, könnte ich dagegen nichts machen. Wenn sie aber dabei die ganze Zeit Videos, Bilder und Audios von mir einspielen, dann machen sie sich damit nur selber lächerlich. Die einzigen Leute, die... Rainer, A, machen sie sich damit nicht lächerlich und B, erschaffen sie damit ein neues Werk. Genauso wie es bei mir auch der Fall ist. Deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass das irgendwie rechtliche Probleme haben könnte. Keine Sorgen, dass YouTube die Videos wegstrikt. Es ist alles völlig in Ordnung, was gemacht wird. Es ist bei mir so, das war früher beim Metzger so und auch wenn andere Leute irgendwas zusammengeschnitten haben, das hat auch gepasst. Und was bei WeUp hat passiert ist, die Kanäle wurden teilweise weggemettelt, das ist richtig, aber es ging so schnell, bis wieder neue Kanäle da waren. Also da musste man sich keine Sorgen um Nachschub machen. Die, die das damals halbwegs clever gemacht haben, war ein Regenbogenschaf, der von mir keine Videos oder nur selten Videos von mir verwendet hat. Und dieser Boneclix, der zwar auf meine Sachen reaktet hat, aber aufgrund dadurch, dass er in den USA gelebt hat, recht wegen dem Fair Use-Prinzip hatte. Wobei selten... Ja, das versteht Reini natürlich auch nicht, dass es in Deutschland ein Äquivalent dazu gibt, spätestens nach dem Kalkofe-Prozess. Da dürfte ja klar sein, dass man, auch wenn man, wenn ein Großteil eines Videos aus dem Material besteht, aus dem Ursprungsmaterial, dass das völlig in Ordnung ist. Selbst er nicht die Gelegenheit hatte, alles von mir zu machen, weil das, was er gemacht hat, war kein Fair Use, war halt auch eine Straftat. Das ist übrigens so eine Sache, die Hater machen sich immer über meine Aussage lustig, oh, Drachenlord unbesiegt. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass viel mehr Hater gegen mich verloren haben, als ich gegen Hater? Oh ja, klar, natürlich haben die Hater hier und da mal einen kleinen Sieg eingefahren mit Erdbärchen und so oder Cola-Bärchen. Aber wie viele Hater habe ich inzwischen auf dem Gewissen? Regenbogenschaf, Affenkeks, Molumi, ABCDEF, der Jahrmetzger, jetzt kommt noch Ranger dazu, Spiegel. Reini scheint echt nicht zu verstehen, dass diese Menschen nicht aussteigen wegen ihm. Also in gewisser Weise schon, weil das Game halt sehr, sehr redundant ist. Es wiederholen sich Sachen immer wieder, weil Reinis Welt halt auch ziemlich klein ist. Er lebt halt wenig und gut, der Inhalt, wenn man es auch kurz zusammenbricht, auf wenige Punkte, Reiner lügt, Reiner ist dick. Ja, und damit ist das Game eigentlich schon ganz gut beschrieben. Irgendwann ist das einfach langweilig für die Leute und sie finden andere Sachen einfach relevanter als dich. Das ist ganz normal. Dort kommt noch dazu, KuchenTV, Excel und Tanzverbot. Was ist denn mit den dreien? Von denen hat doch keiner aufgehört. Die machen doch alle noch was. Da kommt auf jeden Fall noch viel, viel mehr dazu. Ich bin immer noch da. Das Geile ist immer, die Aussage ist so, ja, der zieht doch sowieso. Um es kurz zusammenzufassen. Irgendwann ist es so, dass der Klügere nachgibt. Das haben die Hater gemacht, die eine gewisse Zeit im Game drin waren. Die haben sich irgendwann zurückgezogen. Du hast recht. Nur eine Konstante gibt es im Game, Reini. Das bist du. Und dann merkst du auch, du bist nicht der Klügere. Unni war's durch. Ich ziehe jetzt seit 10 Jahren YouTube durch. 8 Jahre, beziehungsweise 10 Jahre YouTube gehört also zu nichts. Junge, Junge. Diese Arroganz. Das ist unfassbar. Geh einfach... Ja, das denkt man öfters, wenn man deine Videos sieht. Und dass du auf YouTube nichts erreicht hast. Dass du nur Leute hast, die dich nicht mögen. Die gegen dich sind. Keiner guckt Videos von dir, weil du so tolle Inhalte hast. Da ist ja nichts. Einfach mal in den Knast. Ja, dann geh doch. Ich wünsche dir wirklich, dass du irgendwann mal zur Ruhe kommst. Kommen kannst. Vielen Dank. Wird schon irgendwann. Du sagst... Ja, Reini. Ganz einfacher Weg. Einfach aus dem Internet zurückziehen. Und das würde irgendwann für alle Hater, alle Trolle komplett langweilig um dich werden. Aber das möchtest du halt nicht. Du möchtest halt lieber betteln und deine Bekanntheit nutzen, um halt Kohle zu generieren. Das nervt dich mit dem Hatern. Geht's aber immer raus. Das wollte ich nur fragen. Warum? Ich gehe nicht immer raus, wenn Hater da sind, sondern nur, wenn ich keine andere Wahl mehr habe oder wenn mein Wutpegel so hoch ist, dass ich mich nicht mehr beherrschen kann. Das ist doch mal die Wahrheit. Der erste Punkt ist natürlich völliger Quatsch. Er muss überhaupt nicht rausgehen. Aber er hat sich nicht unter Kontrolle. Er geht raus, er brüllt rum, er wirft Sachen über den Zaun auf die Hater. Das ist einfach nur Kontrollverlust bei ihm. Er packt das nicht. Er regt sich darüber auf, er meint, in seiner Welt darf es nicht vorkommen, dass andere machen, was ihm nicht gefällt. Das ist das Problem. Und wie es anfing mit den Besuchen, er hat die Leute in den Kommentaren weggebannt, dann sind sie halt zu ihm gegangen, um ihm die Meinung persönlich zu geigen. Und das gefällt dem Lord natürlich nicht. In seiner Welt gibt es keine Stimmen gegen ihn. Da haben alle gefälligst für ihn zu sein. Und wenn die nicht für ihn sind, sind es halt die falschen Leute einfach. Aber jetzt bin ich mitten in der Aufnahme, ich rufe jetzt nochmal bei der Polizei. Außerdem können die auch mal so von alleine durchfahren. Wie kommt er denn jetzt auf das Thema? Also stehen jetzt wahrscheinlich wieder Hater vor der Tür. Und die Polizei muss natürlich wieder belästigt werden. Typisch. Irgendwer steht auf der Straße, hat einen schönen Tag, ruft vielleicht mal Herr Winkler und direkt muss die Polizei alarmiert werden. Warum ich rausgehe, ist, weil ich keine andere Wahl habe. Untergrund ist, weil es sonst niemand macht. Meine Nachbarn tun das nicht. Ja, das stimmt. Deine Nachbarn hassen dich. Die waren so dermaßen froh, dass du weggezogen bist, dass die ein Volksfest gemacht haben. Und was hast du gemacht? Du hast versucht, die Hater wieder ins Dorf zu schicken, um die Leute weiter zu stören. Und du wunderst dich, warum die dich nicht mögen. Da habe ich auch einigen Rechtsstreifen momentan mit der Polizei noch, aber das ist wieder was anderes. Das ist sogar einer von meinen YouTube-Mitgliedern. Gratuliere zum, was, zur Nummer 100. Jetzt haben wir 100 Vlogs gemacht. Innerhalb von einem Jahr, war das jetzt ein Jahr? Nö. Verlierst nie auch nur ein Wort über Hater. Deinen Sarkasmus kannst du dir schenken. Aber schön, dass er den Sarkasmus wenigst verstanden hat. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Ich freue mich auf die neue Staffel vom Ogre. Ich hoffe, dass bald ein Trailer kommt. Wenn ich ein Ogre bin und du heißt schon Naome, bist du dann ein Nome? Oder heißt das Nome? Es gibt eine Kreatur, die heißt so, eine Monsterkreatur, die heißt Nome oder Noame. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Der hat... Das war natürlich auch ein ganz toller Konter von dir. Irgendwas zu erklären über irgendwelche Mangas oder ähnliches und du weißt gar nicht, auf was du hinaus willst. Aber das ist halt typisch Reini. Er ist halt schlagfertig, nur nicht dann, wenn es drauf ankommt. Noch nicht einmal in seinem Leben direkt die richtige Zeit gesagt. Er ist aufgenommen, was aufgestanden ist. Mein Gott. Tut mir leid, dass ich das nie jedes Mal, dass ich das jedes Mal korrigiere. Ach ja, dann habe ich das da reingehalten. Also tut mir mal den Gefallen und hört auf, so ein Blödsinn immer zu erzählen. Äh, äh, dafür, dass du wenig Schlaf brauchst, gähnst du relativ oft. Hör doch bitte endlich mal, nee, endlich mit den Lügen auf. Ähm, ähm, für gewöhnlich sagt man, dass, äh, Müdigkeit, äh, durch Gähnen symbolisiert wird. Aber, ich will jetzt nicht den Schlaumeier raushängen lassen, aber Müdigkeit hat nicht zwangsläufig was mit Gähnen zu tun, sondern Gähnen, was mit Sauerstoffmangel. Ähm, äh. Ja, Reini, und vielleicht solltest du dir dann auch mal Sorgen machen, weil wenn du andauernd gähnst, scheint dir irgendwas mit deinem Körper nicht ganz zu stimmen. Äh, ähm, ähm, zumal, äh, ich das auch jederzeit machen kann. Lasst euch. Findest du dich eigentlich witzig bei sowas? Du bist schon irgendwie ein Clown, aber keiner, über den man gut lachen kann. Ich muss mich nicht immer davon beeinflussen, wie ich mich verhalte, weil mein Verhalten nicht zwangsläufig damit zusammenhängt, wie ich tatsächlich bin. Müde zu sein und wenig Schlaf zu brauchen, hat nichts miteinander zu tun. Äh, ich schlafe, ich gähne auch, wenn ich viel geschlafen habe. Ich... Äh, 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 was für... Ja, wie gesagt, A, glaube ich dir das nicht, weil du teilweise auch völlig fertig da auf dem, äh, äh, sitzt und uns keine Zusammenhänge mehr. Gut, kann er sonst auch nicht wirklich, aber es ist ja noch schlimmer, wenn er wenig geschlafen hat und fertig ist. Aber, dass er sich da nicht hinterfragt. Jetzt, er sagt ja, es liegt am Sauerstoffmangel. Wenn dein Körper andauernd Sauerstoffmangel hat, warum überlegt er nicht mal, ob das nicht vielleicht auch schädlich sein könnte? Dann würde ich doch erst recht mal zum Arzt gehen und mal gucken lassen, was los ist. Was? Oh, ich bin verrutscht in der Zeile. Äh, wie selten er damals noch letztes, letzten Endes gesagt hat. Boah, diese Aussage, wie oft er damals noch... Leute, meine Videos sind alle aktuell. Ich weiß nicht, es ist mittlerweile so ein neuer Trend, zu sagen, ja, damals noch, wegen einem Tag oder was. Keine Ahnung. Ich werde mal schauen, ob ich das nächste Mal mit Greenscreen aufnehme. Ja, wie schlank er damals noch war. Beziehungsweise gleich mit meiner Cam aufnehme, weil dann kann ich nämlich auch mal so ein bisschen, so ein paar Einspieler machen. Tschö, tschö. Ja, ein hervorragendes Format vom Träger. Man kann ihn bei seinen Leseversuchen beobachten. Er versucht, schlagfertige Konter gegen die Haterfragen rauszuhauen. Scheitert natürlich schon grundlegend dabei. Das Thema seines Lebens wird natürlich weiter vertieft. Lügen, Lügen, Lügen. Und das war das Kommentiervideo zum 100. Vlog. Vielen Dank, dass ihr da dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo rausschmeißen oder auch ein Kommentar dalassen. Ich lese sie alle. Vielen Dank. Und falls ihr schon vergessen habt, wo ihr eigentlich seid. Du heißt Gersten Rüdiger, heißt du? Genau, beim Rüdiger.